...zu wecken und nach Hause zu bringen. Nach Hause? Ihr meint, euer Zuhause? Ganz genau. Oh, Gott sei Dank, ich hab mein Apartment gehasst. Falls ihr es bemerkt habt, es gab kein Badezimmer. Die Kaution werde ich wohl nicht zurückbekommen. Rate mal, mit wem ich heute gegessen hab. Mit Tom's Garrett. Oh, das ist interessant. Oh ja, da hast du vollkommen recht. Auf Wiedersehen! Und nun wieder Golf am Sonntag auf CBS. Und hier versucht Mikkelsen, ein Paar zu retten. Und da ist Mikkelsons Frau. Manistisch.